Liebe Freunde der Reihe Buch trifft Hirn, willkommen zur Augustausgabe an diesem Sommerabend. Wir setzen unsere Online-Reihe unverdrossen fort, unabhängig von Pandemien, Schulferien oder sonstigen saisonalen Effekten, immer im zweimonatlichen Abstand, stets organisiert vom Institut für Populärwissenschaftlichen Diskurs, Cortices und in bewährter Kooperation mit der Giordano Bruno Stiftung für Aufklärung und Humanismus, deren Geschäftsführer Michael Schmidt-Salomon ich im Publikum herzlich begrüße. Unser heutiges Thema greift über das Zwiebelschalen-Modell der persönlichen Identitäten von Familie, Heimatregion, Land und Kulturkreis hinaus und nimmt eine menschheitliche Perspektive ein oder genauer zwei menschheitliche Perspektiven. Zum einen geht es um Anthropologie, also die Wissenschaft von Menschen beziehungsweise die Integration all der Einzeldisziplinen, die etwas zum Verständnis des Menschen als Menschheit beitragen können, zum Gattungswesen des Menschen sozusagen, wie der Freidenker Ludwig Feuerbach gesagt hätte. Das heißt zu dem, was wir gemeinsam haben, was uns verbindet. Die zweite menschheitliche Perspektive, um die es heute geht, wird seit etwa 20 Jahren mit dem schillernden Begriff des Anthropozän belegt. Hier geht es nicht um das Wesen, sondern um die Wirkung des Menschen, die Wirkung auf die Biosphäre, auf das Klima, auf die Ressourcen der Erde und womöglich, das wird zu diskutieren sein, auf die Geologie, das heißt die Erdgeschichte und ihre steinernen Ablauterungen. Anthropologie im Anthropozän heißt der Titel des heutigen Buches und ich begrüße in unserer Mitte seinen Autor, Professor Christoph Antweiler. Schönen guten Tag. Hallo. Christoph Antweiler ist Ethnologe und Professor für Südostasienwissenschaft an der Universität Bonn. Er studierte zunächst Geologie und Paläontologie mit Nebenfach Biologie, beschäftigte sich mit Evolution und wandte sich dann schwerpunktmäßig der Ethnologie zu, also der Erforschung gegenwärtiger menschlicher Lebensformen. Nunmehr wurde die kulturelle und soziale Evolution sein Arbeitsgebiet. Nach Promotion an der Universität zu Köln war er zehn Jahre lang an der Universität Trier tätig, bevor er im Jahr 2008 nach Bonn ging. Er ist Mitglied im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung. Als Buchveröffentlichungen Christoph Antweiler seien erwähnt Inclusive Humanism, Anthropological Basis for a Realistic Kosmopolitanism 2012 erschienen, interessanterweise in Taiwan. Dann der Titel Our Common Denominator Human Universals Revisited 2016 erschienen und auf Deutsch Heimat Mensch, was uns alle verbindet. Zuerst 2009 erschienen und jetzt in Arbeit als Neuauflage im Alibri Verlag. Nun, das jetzige Buch Anthropologie im Anthropozän verspricht im Untertitel Theoriebausteine für das 21. Jahrhundert. Es handelt sich um ein anspruchsvolles Lesebuch, das vielfältige naturwissenschaftliche Fakten mit kulturwissenschaftlichen Fragestellungen verbindet und dabei zur Methodenreflexion und differenzierter Zeitkritik anleitet und einlädt. Die Frage nach der Aussagekraft des Begriffs Anthropozän wird keineswegs ausgespart, sondern im Gegenteil seine Umstrittenheit erläutert. Das Buch enthält neben einem Glossar von Fachbegriffen und einer über 80-seitigen Bibliografie auch einen Anhang mit einem wissenschaftlichen Credo, in dem sich der Autor als vernünftiger Naturalist positioniert. Selbstverständlich kann im heutigen Vortrag der Inhalt dieses gewichtigen Werkes nur überblicksartig präsentiert werden und darum bitte ich nun Christoph Antweiler. Ja, wunderbar. Helmut, vielen Dank für diese nette Einführung und Rainer und euch beiden überhaupt für die Einladung. Vielen Dank, das freut mich sehr, dass wir hier jetzt zusammenkommen und dass auch eure Zuhörer dabei sind, dass wir hinterher diskutieren können. Bevor ich meinen Bildschirm freigebe, möchte ich erstmal ganz kurz sagen, was das Anthropozän im Kern ist. Im Kern ist das eine Hypothese und diese Hypothese besagt, dass aus geologischer Sicht die Menschheit in den letzten Jahren und vor allem heutzutage unsere Geohäre, also diese dünne Hülle um unseren Planeten, derartig intensiv, dauerhaft und wahrscheinlich irreversibel beeinflusst, dass Geologen, Geologinnen, die normalerweise solche Dinge in sehr langen Zeiträumen sehen, dass die in Zukunft das, wenn die vielleicht die Menschheit schon nicht mehr existiert, als einen geologischen Horizont ausmachen könnten. Ich sage, das ist eine Hypothese, weil da sind natürlich sehr viele Vermutungen drin, es gibt viele Diskussionen darüber, aber das ist sozusagen im Kern die These. So, und jetzt werde ich meinen Bildschirm freigeben. Also, Anthropologie im Anthropozän. Ich habe dieses Titelbild gewählt, weil ich denke, dass es manchmal ganz sinnvoll ist, die Erde und die Menschen auf dieser Erde leben, auch aus so einer gewissen distanzierten Perspektive zu betrachten. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen. Was ich heute machen werde, werde ich in drei Teilen machen. In dem ersten Teil werde ich einige Basisinformationen von einer naturwissenschaftlichen Art geben, kurz was zur Begriffsgeschichte sagen, wie das überhaupt entstanden ist, dieser Begriff und wie man ihn heute diskutiert. Und dieser Punkt, wie man es heute diskutiert, wird der Hauptpunkt im zweiten Teil sein, wo ich die gesellschaftliche und die wissenschaftliche Resonanz, die dieser Begriff erzeugt hat und die ist zum Teil erheblich, ihn präsentieren werde. Und ich werde auf Kritik eingehen, einerseits sachliche, fachliche, naturwissenschaftliche Kritiken und andererseits Begriffskritiken. Im dritten Punkt, und ich bin ja, das wurde ja angekündigt, Ethnologe, möchte ich was sagen, was die Ethnologie und im weiteren Sinne die Anthropologie zu diesem Thema vielleicht beitragen könnte. Weil das eine Herausforderung für mich ist, denn die Ethnologie ist eigentlich eine Wissenschaft, die sich nicht mit dem ganz Großen und ganz Langen, also nicht mit dieser Mega-Makro-Problematik beschäftigt, sondern eher mit kleinen räumlichen Lebensformen. Also was Ethnologen, Kulturen, lokale Kulturen. Das sind meine drei Teile. Und ich zeige ein mit dem ersten Teil, wo ich ein paar Basisinformationen geben möchte. Wie hat sich die Begriffsdiskussion entwickelt? Der Begriff ist im Jahr 2000 aufgekommen, plötzlich, und hat sich dann kometenhaft verbreitet. Er hatte aber einen Vorläufer, es gibt schon im späten 19., vor allem im frühen 20. Jahrhundert mehrere Autoren, die sich explizit mit diesem weltweiten Einfluss auf die Geosphäre des Menschen befasst haben. Wie gesagt, kam der Begriff dann 2000 auf. Die Umstände erläutere ich noch. Er ist dann, obwohl es ein geologischer Begriff ist, erst so etwa mit zehn Jahren Verspätung in der Geologie selber angekommen und gleichzeitig etwa in der Archäologie. Und dann mit der üblichen Verspätung, die es häufig bei solchen Begriffen gibt in den Geisteswissenschaften, Humanities, etwa so 2014, 2015 und in der Anthropologie im engeren Sinne noch später, 2016 bis 2018. Das war ganz kurz so der Verlauf der Diskussion. Jetzt kurz ein paar Hintergründe. Schon bevor der Begriff aufkam, wurde in den Erdwissenschaften oder Erdsystemwissenschaften etwa so seit 1980 ganz stark empirisch nachgewiesen, dass der Mensch durch seine Tätigkeiten technologischer Art, durch Landwirtschaft, durch Industrie globale Effekte hat, die also überall auf der Welt beobachtet sind. Für dieses Zentral waren die Raumfahrt und bestimmte NASA-Programme, die die systematische Erforschung der Erdoberfläche aus den Umlaufbahnen, von Satelliten, aus Flugzeugen und aus Raumfahrzeugen her gefördert haben. Das war so eine Einsicht, kam deutlich etwa 20 Jahre bevor der Begriff aufkam. Ferner gab es die Einsicht vor allem in den unter Ökologen und Geografen und Geosystemmodellierern, dass die Geosphäre, dass die Wirkung als ein System im Lebewesen und nicht in der Materie wie Steine in intensiver Zusammenhang zusammenwirken und bewirkt werden, dass man also die Geosphäre als ein System ausfassen sollte und nicht nur die einzelnen Subsysteme oder meinetwegen sogar nur einzelne Ökosysteme, sondern die Geosphäre als ein Gesamtsystem. Dann gab es zunehmend Einsichten und ich bringe zwei Beispiele, eins aus der Biosphäre, eins aus der Technosphäre und ich möchte auch so ein paar Zahlen bringen, um sozusagen zu verdeutlichen, warum dieses Anthropozän eigentlich ein begriffliches Erdbeben ist und entsprechend viele Diskussionen ausgelöst hat. Wir sind heute die Menschheit zusammengenommen, etwa knapp 8 Milliarden Menschen, aber es gibt auf der Welt 24 Milliarden Hühner. Ja, das nur als ein Beispiel. Gleichzeitig sterben unglaublich viele kleinere, meist kleinere Tiere quer durch die Tiersystematik aus, durch Einfluss von Menschen oder durch Einfluss von Menschen, die ich zu ihnen nicht glauben wollte. Gut, das nächste Faktum, was ich erläutern wollte, um ein Beispiel zu verdeutlichen, die eine enorme Ausbildung der Aktivität hat. Ja, alles das, was Menschen bisher gebaut haben, Gebäuden an Asphalt, gleichmäßig auf die Lande aussetzen würden, dann liegt auf jedem Quadratmeter, also nicht Hektar oder Kilometer, sondern auf jedem Quadratmeter 50 Kilogramm. Ja, das ist inzwischen nachgewiesen worden. Ich wollte das nicht glauben, aber das sind empirische Fakten. Jetzt Auftritt Crews. Im Jahr 2020 gab es eine Konferenz in Mexiko, wo Klimawissenschaftler auch auf der ganzen Woche lang zusammengesehen haben und über den Klimawandel im Holozean, also dem Zeitraum seit 11700 Jahren, in dem wir aus geologischer Sicht heute leben. Und die haben dort über Klimawandel diskutiert, um menschliche Faktoren im Klimawandel. Und gegen Ende der Konferenz ist dem Paul Krutzen, der ein weltbekannter Wissenschaftler war, holländischer im Hintergrund und der Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz war und Nobelpreisträger war und der große Wissenschaftler zum Ozon-Thema. Und dem ist die Hutschnur geplatzt. Er sagte, wir reden auf einmal die ganzen, wir reden die ganze Tage hier immer über Holozean, Holozean. Wir sind im Andropozän. Und der Ausbruch, dieser emotionale Ausbruch, hinter dem aber sehr viel Sachkenntnis stand, der hat dann seine Kreise geschlagen. Und so ist sozusagen dieser Begriff. Und das ist ein geologischer Begriff vom Wort her. Anthropo, da steckt Anthropo der Mensch drin. Anthropo ist der Mensch. Und zählen kann man einfach als Zeitalter. Ja, also das Zeitalter des Menschen oder das Menschenzeitalter. Jetzt sollten wir uns mal angucken, was heißt das denn, wenn wir das aus geologischer Sicht sehen? Geologen sind Menschen, die in sehr langen Zeiträumen denken und die sehr konservativ sind. Wir leben aus geologischer Sicht im Holozean, in der Warmenzeit oder Nachweiszeit seit 1700 Jahren. Und die Einführung in das formale System, in die Geochronologie dieses Holozeans, die hatte über 100 Jahre Diskussionen hinter sich gehabt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass Geologen da sehr zögerlich sind, jetzt eine neue Epoche einzuführen, vor allem das heute zu tun, während diese ganzen anderen geologischen Zeitalter sind ja viele millionare Faktum nach den Gesteinen, nach der Entstehung der entsprechenden Gesteine eingeführt worden, nämlich fast Ende des 19. Jahrhunderts. Also ist das sozusagen eine revolutionäre Sache, da überhaupt drüber nachzudenken. Ich möchte das nochmal hier in der Grafik verdeutlichen. Kurzer Test, sehen jetzt alle extrem kurze geologische Periode? Ja, okay, danke. Ja, und hier illustriere ich Geologen Tiefendenken. Das heißt, die denken in sehr langen Zeiträumen, die auch sie sich als Menschen, wie wir so kognitiv funktionieren, nur durch bestimmte Schemata oder durch Gleichnisse, dass man die Erdgeschichte in 24 Stunden sich vorstellt und so weiter, wo dann erst seit ein paar Sekunden existieren. Jedenfalls denken die in langen Zeiträumen. Und jetzt geht es darum, ob man das Anthropozän einführt, eben für eine Periode, die nach derzeit dominanter Meinung erst seit 70 Jahren existiert, also etwa seit Mitte des 20. Jahrhunderts. In den vielen Hintergründen, die sogenannten Schlägerkurven, die in 2010, 2011 veröffentlicht wurden, mit sehr viel Datenhintergrund, nämlich die große Beschleunigung, wenn wir ganz verschiedene Entwicklungen grafisch aufzunehmen, also zum Beispiel Anbau, Wassernutzung, Bevölkerung und so weiter, Papierproduktion, ganz verschiedene Faktoren menschlicher Tätigkeit, aber auch geografische Entwicklung. Dann sieht man, dass die sozusagen alle etwa um das Jahr 50 massiv zunehmen. Das deutet also darauf hin, dass sich da so ein geologischer Horizont entwickeln könnte, den man in der Zukunft dann vielleicht mal nachweist. Jetzt haben wir aber ein Problem. Dieses Wort hat sich in verschiedenen Disziplinen ausgebreitet. Dazu sage ich gleich noch ein paar Details. Aber die Disziplinen haben dadurch durchaus unterschiedliche Interessen daran. Der Begriff stammt aus der Erdsystemwissenschaften, also Wissenschaftler, die die ganze Geosphäre im Blick haben und die mit mathematischen und physikalischen und Klimamodellen modellieren. Die interessieren sich vorwiegend für die heutigen Effekte menschlicher Tätigkeit, zum Beispiel auf Klima, auf die Böden, auf die Meere und so weiter, auf den Eisschild und so weiter. Die Geologen dagegen und Geologinnen, die sind vorwiegend an Chronologie interessiert und die fordern für einen solchen Begriff, dass man einen weltweiten Horizont findet, also zum Beispiel durch Plastik oder durch Atomreste, atomare Versuche und dabei eine synchrone Schicht letztlich findet. Darauf basiert die geologische Chronologie. Wiederum andere Interessen haben Historiker und Archäologen. Die wollen herausfinden, wann haben denn solche Anthropozän-Wirkungen in verschiedenen Orten und in verschiedenen Regionen auf diesem Planeten eingesetzt. Und sie interessieren sich vor allem für die unterschiedlichen Ursachen. Wiederum ist das in den Feldern, wo ich mich gerade bewege, als Ethnologe, also in den Geisteswissenschaften oder auch Kulturwissenschaften, die ebenfalls an den Ursachen entdeckt, an den heutigen Ursachen, aber auch an ganz anderen Dingen, wo es um ethische Fragen geht. Es geht um Solidarität, Solidarität mit den letztlichsten Menschen, die von diesen Betroffen sind. Oder ethische Fragen, ob wir zum Beispiel ethische Prinzipien auch oft nichtmenschlich hier Lebewesen anwenden. Ich komme zu meinem zweiten Teil. Welche Resonanz und wo gab es Resonanz in den verschiedenen Feldern von Gesellschaft und Wissenschaft? Dazu kann ich sagen, die Medien, also Fernsehen und große Zeit. Gab und gibt es immer mal wieder eine deutlich starke Reaktion. Das Thema hat es auf das Titelbild des Economists und des Spiegels geschafft. Also da ist eine starke Resonanz. Hingegen bei Laien, also in der breiten Bevölkerung, hat der Begriff kaum einen Niederschlag gefunden. Und das kann man nicht nur für den deutschen Zeitraum, äh, für den deutschen Raum sagen, sondern auch international. Da gibt es mittlerweile quantitative Studien aus den Medienwissenschaften, die das ziemlich gut untersucht haben, dass Laien diesen Begriff, mit diesem Begriff meistens wenig angehen. Wie ist es in der Forschung, was uns hier besonders interessiert, eine enorme Resonanz hat das, hat das, der Begriff in den Erdsystemwissenschaften, also Earth-Systems-Sciences gemacht, deutlich weniger hat sich Niederschlagologie und Geografie. Ein Indiz dafür, wenn wir die neuesten Lehrbücher, der zum Beispiel amerikanische College-Lehrbücher oder Universitätslehrbücher der Geologie und Geografie heranziehen, dann ist dieser Begriff Anthropozän vielleicht mal einmal erwähnt oder auf einer Seite unter 700 Seiten abgehalten, aber nicht sozusagen den Korpus der Berichtenden, ähm, eingefügt. Wiederum anders ist es bei Historikern und Archäologen. Dort gibt es deutlich Akzeptanz, zumindest in Minderheiten dieser Fächer. Es gibt sich stark entweder Umweltgeschichte, ja, sie versuchen, ähm, äh, mit historischen Fakten, äh, diese geologischen Entwicklungen durch, also separate historische Daten oder archäologische Daten zu untermauern. Da komme ich nachher noch drauf. Einen starken Anlagen hat das Thema in den Geisteswissenschaften gehabt. Das kann man daran ermessen, dass es etliche Zeitschriften gibt, die sich mittlerweile speziell mit dem Thema beschäftigen und dass sich innerhalb der Humanities, also Englisch für Geisteswissenschaften, ein eigenes Feld entwickelt hat, die Environmental Humanities. Die allerstärkste Reaktion hat das Thema aber im Bereich Kunst, in Künstlerinnen aus Formen, in Bildwerken, Bildern, in Videos, in Skulpturen gehabt und dafür hier ein Beispiel von Jason de Caris Taylor. Das ist ein spanischer Bildhauer, der normalerweise so Unterwassermuseen baut, wie sie links oben im Bild sehen, nämlich dort, wo in der Welt, weil durch Industrie oder Tourismus, baut der Unterwasserskulpturen mit den Menschen, die über Wasser in den entsprechenden Gebieten leben, eins zu eins und lässt die langsam von Ruralen überwachsen, damit sozusagen dieses Natur-Mensch-Thema, das Ökologie-Thema auf den Punkt bringen. Eine seiner Skulpturen, die wir hier nämlich gerade sehen, ist das Anthropozän. Hier sehen Sie also so ein VW und da oben diese Skulptur und da schwimmen die Fischchen drumherum und diese Skulptur wird jetzt langsam von Korallen überwachsen werden. Und wenn wir dort reingucken, dann sieht man, dass er auch in diese VW-Skulptur bestimmte Räume eingebaut hat und Nischen, die dafür gedacht sind, dass sich dort verschiedenste Lebewesen niederlassen. Und er bearbeitet damit also das Thema aus künstlerischer Sicht Anthropozän. Und das wollte ich hier nur als ein Beispiel verdeutlichen. Jetzt möchte ich zu einigen Themen kommen, die kulturwissenschaftlich untersucht worden sind. Zum Beispiel sehr stark in der Literaturwissenschaft ist untersucht worden, inwiefern das Anthropozän eine Großerzählung ist. Also was man heute so mit ein bisschen modischem Begriff Narrativ nennt. Also so eine Großerzählung, wo es bestimmte Akteure gibt, die durch bestimmte Handlungssequenzen durchgehen. Also zum Beispiel so eine Art Heldengeschichte, wie wir sie oft im Hollywood-Film kennen. Und da gibt es nach diesen Untersuchungen drei so ganz große Erzählungen. Das eine ist, das Ganze ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe für die Menschheit, die da heraufbeschworen wird, die eventuell vielleicht mal dazu führen wird, dass es große Üblimsprobleme der Menschheit gibt. Oder und vor allem eine Katastrophe für die nichtmenschlichen Lebewesen. Ein zweites Narrativ ist die Krankheit. Und dazu zeige ich gleich auch ein Bild. Der Planet ist krank. Ein drittes Narrativ ist das sogenannte Gerichtsnarrativ. Nämlich die Frage, wer ist schuld? Sind es die bösen kapitalistischen Staaten? Sind es die Industriestaaten? Oder sind es im Grunde genommen fast alle Menschen auf dieser Welt, wenn aber vielleicht auch mehr unterschiedlichen Anteile? Ich habe hier noch aufgezählt, dass es durchaus noch andere Narrative gibt, die ich jetzt nicht im Detail verfolge. Aber das ist sozusagen ein richtig eigenes Forschungsfeld. Da gab es auch ein DFG-Projekt zu. Ein zentrales Thema ist und dreht sich um eine ganz grundsätzliche Frage. Für was für eine Idee soll das eigentlich stehen? Ist das Ganze wirklich ein primär geowissenschaftliches und biowissenschaftliches Konzept? Oder ist es eigentlich vor allem ein politischer Alarmruf, der uns aufrütteln soll? Ist es ein Epochenkonzept, vielleicht nicht nur für die Geologie, sondern vielleicht sogar eher für die Geschichtswissenschaften? Ist es ein Konzept, was so eine Schwelle markiert? Also einen nicht gleichmäßigen Wandel, sondern einen plötzlichen Wandel? Oder ist es vielleicht nur ein neues Konzept für die Philosophiegeschichte? Oder, und das ist ein tatsächliches Problem, was ich sehe, weil es ist tatsächlich oft nur ein Schlagwort. Es gibt noch etwa 50 andere Versuche, das zu bestimmen, wohin eigentlich der Kern von diesem Konzept liegt, aus kulturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Sicht. Jetzt zeige ich Ihnen mal den berühmsten Cartoon zu dem Thema und der illustriert dieses Krankheitsnarrativ. Ja, in zwei Planeten begegnen sich. Ich habe Humus, Abians. Keine Angst, das geht vorüber. Und darin steckt natürlich die Idee, der Planet ist krank. Es wird dann auch immer direkt vom ganzen Planeten geredet, aber der ganze Planet, den kümmert natürlich diese Entwicklung nicht, denn in 4,5 Milliarden Jahren ist ja sowieso spätestens Ende der Durchsage, sondern es geht um die Geosphäre. Es geht um diese dünne äußere Schicht, in der wir und andere Nebengewesen leben. Aber solche Cartoons und solche Metaphern und Narrative prägen sehr stark die öffentliche Diskussion. Das war jetzt ein bisschen was zur Begriffskritik. Es geht aber auch eine empirische Kritik. Und die geht darauf zurück, dass man sich fragen kann, wann begann das Anthropozän? Aus naturwissenschaftlicher Sicht. Und ich habe ja eben gesagt, dass die zentrale, die heutige dominante Meinung ist, dass es Mitte des 20. Jahrhunderts ist. Die Idee von Paul Krutzen selber war eine andere, nämlich etwa das Jahr 1800, Stichwort Industrialisierung, Dampfmaschine, Entwicklung mechanischer Verfahren, frühe Industrialisierung und ihre Umweltschäden. Das ist also, dann müsste man vielleicht etwas ja, 1750, 1780 oder 1800 nehmen. Andere Autoren wiederum haben argumentiert, dass die zentralen anthropozänen Wirkungen, wenn auch flittweit, so aber mit der Kolonialzeit begonnen. Also mit diesem internen Austausch zwischen verschiedenen Kulturpflanzen, zwischen den Kontinenten und der Dezimierung der indianischen Bevölkerung, der extremen Dezimierung in Südamerika zum Beispiel. Und noch weiter zurück gehen Archäologen. Und das ist das Bild. Und die sprechen vom Early Anthropocene, weil wir nämlich zeigen können, dass die Einflüsse auf die Weltatmosphäre, also Beispiel jetzt Klimawandel, durch großflächigen Nassreisanbau im südlichen China- und nördlichen Südostasien maßen groß waren, dass heute Geologen argumentieren, dass eine aufgrund von Modellrechnungen damals zu erwartende Eiszeit leicht verschoben wurde. Aufgrund von geologischen Daten. Und wenn sich das manifestiert, dann müssen wir vielleicht wirklich sagen, dass man vom frühen Anthropocene redet. Das Problem ist aber, dass diese Wirkungen wahrscheinlich doch nicht weltweit waren und dem zufolge dem engen geologischen Kriterium eines weltweiten gleichzeitigen Horizontes, den man in der Zukunft finden würde, nicht entsprechen. Das war also kurz zur empirischen Kritik. Der Hintergrund vieler empirischer Diskussion ist, dass Geologen und Nicht-Geologen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie man Erdgeschichte eigentlich liebt. Die Geologen fordern synchrone und weltweite Grenzen und die legen die auch standardmäßig fest mit den sogenannten Golden Spikes, die an bestimmten Typus-Lokalitäten tatsächlich in so einen Aufschluss reingekloppt werden, den Sie hier im Bild sehen. Historiker und Archäologen dagegen setzen Zeitgrenzen, zum Beispiel zwischen Eisenzeit, Bronzezeit und Steinzeit an verschiedenen Orten der Welt zu unterschiedlichen Zeiten an. Wenn also die Eucharistische Oper zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt, dann beginnt sie in Nordamerika oder besonders in Asien oder in Polynesien zu anderen Zeiten. Diese Historiker und Archäologen sind also eher an lokalen und regionalen Zeitgrenzen interessiert. Und da gibt es auch viele Missverständnisse. Der nächste Punkt ist, und das ist wiederum eine empirische Kritik, die meisten geophysikalischen, geologischen, biologischen Daten, die hinter der Anthropozentforschung stehen, kommen aus dem amerikanischen Raum, vor allem aus dem nordamerikanischen Raum und etwas aus dem europäischen Raum. Es wird dabei überhaupt nicht berücksichtigt, dass mittlerweile drei Drittel der Menschheit in Asien leben. Ja, und hier sehen Sie mal so eine Bevölkerungskarte, wo die Fläche zeigt, wo es die Bevölkerung ist. Und das Problem wird mittlerweile diskutiert unter dem Schiffwort weird. Weird heißt Englisch seltsam. Nämlich, dass die repräsentierten Bevölkerung in den Daten, dass die eigentlich nicht die Bevölkerung repräsentieren, sondern einen bestimmten Ausschnitt. Und weird steht dann als Akronym für Western, Educated, Industrial, Rich und Developed Countries. Weil da die naturwissenschaftlichen und auch sozialwissenschaftlichen Daten nach wie vor weitgehend herkommen. Wenn wir uns aber mal die CO2-Emissionen angucken, dann sehen wir, dass allein China das mehrfache ausstößt, zum Beispiel von ganz Afrika. Und China allein als Land fast so viel wie beide Amerikas zusammen. Das heißt, Daten jetzt in dem Fall aus Asien, und das betone ich natürlich als Asienwissenschaftler, sollten unbedingt stärker berücksichtigt werden. Hier wird es ein bisschen heller. Ja, das sind also empirische Kritiken. Und um das nochmal noch stärker auf den Punkt zu bringen, das habe ich leider nicht auf Deutsch, deswegen übersetzt es hier. In diesem relativ kleinen Kreis, wo ich genau in der Mitte da in Südostasien forsche, da leben genauso viele Menschen wie im Rest der Welt. Und das sollte eigentlich von der Forschung berücksichtigt werden und wird es aber nicht. Und deswegen kommen zunehmend Rufe auf in der Art wie, lasst uns das Anthropozän stärker globalisieren oder andersrum gesagt, lasst uns die westlichen Daten stärker provinzialisieren. Ja, also hier habe ich mal zum Graffito genommen. Also wir sollten wegkommen von der Anthropozän-Griffe, aber auch europäischen Daten. Welche weiteren Begriffe gibt es am Kritik, Kritiken am Begriff? Erstens, das haben wir eigentlich schon gehabt, der Begriff sei zu, und auch die Daten, die bislang vorliegen, zu gegenwarts fixiert. Zweite Kritik, der Begriff Anthropozän würde dadurch, dass er den Menschen wieder begrifflich so betont, eigentlich die Mensch-Natur-Trennung, wo immer wieder gesagt wird, da gibt es doch dermaßen viele Übergänge, wir haben nicht so ein dualistisches Bild, würde eigentlich der Begriff doch letztlich vielleicht gegen seinen Willen verstärken. Damit in Zusammenhang steht auch die dritte Kritik, dass der Begriff einfach zu anthropozentrisch ist. Dass der Begriff sagen würde, dass der Mensch so starke Fähigkeiten hat, in dem Fall Negativkeiten, die ganze Geosphäre zu prägen. Was die Kritiker, meine Nebemerkung, dabei übersehen ist, dass ja gerade die Daten und Betrachtungen zum Anthropozän zeigen, wie wenig Macht wir über unsere Handlungsfolgen haben. Schon einfache, komplexe Ökosysteme ohne den Menschen lassen, die es nur sehr schwer voraussagen und mitmenschlichen Einfluss noch viel mehr. Es kann also nicht sein, dass irgendjemand denkt, der Mensch hätte sozusagen alles im Griff. Genau das Gegenteil ist der Fall. Weitere Kritiken, die vor allem dann aus der Genderforschung und Ethnologie kommen, dass der Begriff genderblind sei, also zu wenig Daten zu nichtmännlichen Populationen enthalte und dass er insgesamt monolithisch und auch unpolitisch wäre. Warum unpolitisch? Weil in vielen Publikationen immer von der gesamten Menschheit geredet wird und nicht eben von bestimmten verursachenden Bevölkerungen oder Ländern. Unter anderem hat die Kritik dazu geführt, dass es eine Inflation von Alternativbegriffen gibt, die aber alle das Zähn transportieren, also die Zeitalter, also Kapitalozän oder das Urbanozän oder das Wachstumszän oder das Anglozän oder Gaiazän oder besonders lustig, das fand ich das Phalloszän, was eben kritisiert, dass sozusagen das Ganze aufgrund von patriarchaler Wissenschaft entstanden sei. Was ich damit eigentlich zeigen will, dass der Begriff eine unglaubliche Wirkung hatte, vor allem in den Kulturwissenschaften und der Kunst, aber dass auch mit dem Griff etwas stark herumgespielt wird. Jetzt kommen wir zu meinem dritten Teil. Ich möchte fragen, was kann eigentlich eine umfassende Menschenwissenschaft und also Anthropologie im umfassenden Sinne und was kann die Ethnologie zu dem Thema beitragen? Das Erste ist, glaube ich, dass wir uns klar machen sollten, dass Anthropozän ist in unseren Gesellschaften und nicht etwa daneben, sondern das ist ein Teil von uns. Also ganz konkret könnte man sagen, in uns allen, wie wir hier sitzen, ist Plastik, Plastikschnitt und aber auch in einer anderen Lebe und wir leben mit in der Technosphäre. Deswegen habe ich dieses Bild hier ausgewählt. Also das ist in unseren Gesellschaften drin und nicht irgendwas, was sich da draußen abspielt. Jetzt ist natürlich die Ethnologie sehr herausgefordert, als eine Wissenschaft, die Qualität, Teiluntersuchung macht, einen mikroskopischen Zugriff hat. Wir untersuchen, ich bin hier gerade bei einer Untersuchung in Malaysia auf dem Bild, wir untersuchen den Alltag von Menschen und wir untersuchen gegenwärtige Kulturen. Was kann so eine Wissenschaft denn sagen zu so einem Mega-Makro-Thema? Also Makro, weil die ganze Erdoberfläche betroffen ist und Mega, weil es auch noch in so tiefe Zeiträume geht. Ja, aber der Beitrag, also eine einfache Antwort habe ich darauf nicht, aber der Beitrag kann eben daran liegen, dass wir zeigen, a, wie bestimmte lokale Lebensumstände anthropogene, anthropozeine Wirkungen haben und b, wie frühere Trends in der Umwelt, die von menschlicher Aktivität auslöst worden sind, sich heute in bestimmten lokalen Gemeinschaften, zum Beispiel in Südostasien ausdrücken. Dazu zeige ich gleich ein paar relativ aktuelle Bilder. Und damit beginne ich jetzt, eine ganz kurze Bilderfolge. Die Hauptstädte, die wird auch Stadt des Anthropozäns genannt, also ein Titel, auf den die Stadtverwaltung aber nicht so stolz ist. Es ist eine Stadt, die offiziell etwa zehn bis zwölf Millionen Einwohner hat, faktisch aber leben in dem Großraum 35 Millionen, also entweder ähnlich wie in Kyrieho haben, ein extrem großer urbanisierter Raum, wo die Umwelt maßgeblich verändert wird und dauerhaft verändert wird und wo sozusagen wir nicht nur den Klimawandelfolgen haben, sondern eine Multikrise und dazu ein paar Bilder. Das ist eine typische Ansicht, die man haben kann, wenn man über Jakarta mit einem kleinen Flugzeug fliegt. Hier ist eine Riesenstraße und ein Fußgängerüberweg und das alles ist erstmal unterbar. Und das natürlich für die Bevölkerung, die zum Teil daran gewöhnt ist, aber hat eben, und das kommt jedes Jahr, man weiß nicht genau wann, aber jedes Jahr gibt es mehrere solche Ereignisse. Und dann müssen eben zum Beispiel solche Fahrer wie hier, der was kleines, so ein kleines Snacks verkauft, müssen damit irgendwie umgehen oder die Eltern müssen ihre Kinder zur Schule bringen und es gibt jede Menge Probleme. Warum ist das eine Mehrfachkrise? Die Mehrfachkrise ist, entsteht dadurch, dass einerseits durch Klimawandel, durch die Erwärmung der Meeresspiegel steigt und die Stadt liegt am Meer. Zweitens ist die Stadt in großen Teilen durch große Hochhäuser besetzt, die dazu führen, dass der Boden sich kompaktiert und absinkt. Drittens ist es eine sehr konsumorientierte Stadt mit vielen Millionen Menschen und die pumpen das Wasser ab, sodass sich der Boden kompaktiert durch Grundwasser ernahmt. Und das alles zusammenführt dazu, dass diese Stadt eben im Jahr mehrmals überschwemmt ist, wie sehr viele andere Städte in Südostasien aus. Was hat das für Konsequenzen? Eine Konsequenz ist, dass die Hauptstadt Jakarta, die hier unten liegt, ich weiß nicht, ob Sie meinen Körser sehen können. Hier auf der Insel Java, hier leben allein auf Java, leben mal eben so 100 Millionen Menschen. Indonesien hat insgesamt 270 Millionen Menschen und ist so groß wie ganz Europa. Ich habe hier auf einer Insel Sulawesi geforscht, die ist dünner gesiedelt, aber insgesamt, also allein auf dieser Insel, ja, leben 100 Millionen Menschen. Und die Hauptstadt wird jetzt mal eben 2000 Kilometer verlegt auf eine andere große, weniger dicht besiedelte Insel. Sie können sich vorstellen, dass so eine Verlegung wahrscheinlich 50 Jahre dauern wird. Ja, um zu zeigen, dass das keine Einzelfälle sind, hier ein Bild aus Manila, der Hauptstadt der Philippinen, wo es schon mittlerweile intensive Küstenschutzmaßnahmen gibt, ja, also hier wohnt arme Bevölkerung, die zum Teil keine Landtitel haben, die halblegal dort wohnen, die werden irgendwann, weil hier ganz große Schutzmaßnahmen, die gegen den sich ja über eine Meeresspiegel... Das waren ein paar empirische Beispiele. Ich möchte aber zumindest ganz kurz auch noch sagen, dass ich glaube, dass die Ethnologie auch theoretisch was beizutragen hat. Denn dieses Bild, wenn ich Ihnen das ohne zeigen würde, können nachher jetzt illustrieren Kultur und Natur. In Wirklichkeit haben wir hier Kultur und Kultur. Wir haben nämlich, aus ethnologischer Sicht ist Kultur Menschen gemacht, das unabhängig von der Materialität. Wir haben hier die Bonner Universität, das alte Schlossgebäude links, und wir haben einen Baum davor. Und dieser Baum, der ist einerseits Natur, das ist aber eine domestizierte Pflanze, wo seit Generationen menschliche Aktivität diesen Organismus beeinflusst haben. Und das ist beides Kultur, aber wir sind natürlich sehr unterschiedlich frei, wie wir diese verschiedenen Formen von Kultur beeinflussen können. Bei Gebäuden müssen wir die Statik berücksichtigen und etliches andere. Wenn es um Lebewesen geht, müssen wir sehr viel mehr berücksichtigen und sind sehr viel mehr eingeschränkt. Und ich glaube, dafür könnte man den ethnologischen Kulturbegriff nutzbar machen. Eine weitere Sache, die mich sehr interessiert, ist ein Konzept Nischenkonstruktion, was eigentlich aus der Evolutionsbiologie kommt, wo man sich fragt, wie Tiere eigentlich dadurch, dass sie ihren Lebensraum verändern, den natürlichen Lebensraum der nächsten Generation der Tiere selber beeinflussen. Stichwort Biber, Biberbauten, Veränderungen der Umwelt durch Biber. Und dieses kann man natürlich bei menschlichen Landschaften, menschgeprägten Landschaften noch viel mehr zeigen. Hier zeige ich ein Bild von den berühmtesten Reisterrassen der Welt. Das sogenannte Achte Weltwurter in den Philippinen. Für mich ist das romantisch, aber im Grunde genommen ist das eine total technisierte Landwirtschaft, wo seit die Generationen kein Stein da liegt, wo er natürlich war. Und das kann man natürlich erforschen und kann sich dann überlegen, dass wir eben ein ökologisches, ein kulturelles Erbe haben und ein genetisches, aber auch ein ökologisches, ein Umwelterbe in die nächste Generation tragen. Was wäre mein Fazit, bevor ich Ihnen noch ein paar Literaturtipps zum Abschluss gebe? Erstens, das Anthropozän ist mehr als Klimawandel. Und das ist wichtig, weil viele Leute, auch gerade Journalisten und Laien, denken, ach ja, ist nur ein neues Wort für Klima, für menschlichen Klimawandel. Nein, es ist viel mehr. Es geht um ganz große Bereiche der Geosphäre. Zweitens, eine tiefenzeitige Dimension, also dieses langzeitige Denken. Wann sind unsere Rohstoffe in geologischen Zeiträumen mal entstanden und wie schnell werden sie aufgebraucht? Tiefenzeitiges Denken ist wichtig. Drittens, das Problem, das Problem fordert wirklich eine echte Interdisziplinarität. Wir brauchen da ganz viele verschiedene Wissenschaften, die sich nur sehr schwer miteinander verstehen. Viertens, das Thema ist für die Kulturwissenschaften enorm anregend. Nebenbemerkungen, es regt aber auch dazu an, es nur als Wort zu verwenden. Ich habe in meinem Computer 2700 Artikel zum Thema und da die Spreu von Weizen zu trennen, also in welchen dieser Artikel geht es wirklich um das Thema und in welchen wird es nur als neues Wort aufgeklebt, wo man früher Moderne oder Heute oder Gegenwart sagte. Und letztens als Geologe ist meine persönliche Meinung, ich bin ja Ethnologe, aber habe auch vorher Geologisch studiert. Bei mir, also ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Ich halte es als Ethnologe und Kulturwissenschaftler für ein ganz wichtiges Thema und auch einen ganz wichtigen Begriff. Aber als Geologe würde ich sagen, das andere Prozent ist einfach zu kurz und es ist auch zu spekulativ, denn wir wissen nicht, was in Millionen Jahren wirklich von den menschlichen Einflüssen wirklich übrig bleiben wird. Also bin ich da gespalten. Wenn Sie was lesen wollen, hier ein Blick auf mein Bücherregal. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Bücher, die ich zu dem Thema habe. Mein Tipp wäre, wenn Sie ein Buch zu dem Thema haben, wenn Sie das heute interessant finden und ein Buch lesen wollen, sehen Sie dieses Buch rechts in der deutschen Auflage links im englischen Original. Es ist ein schmales, extrem gehaltreiches Buch eines Geowissenschaftlers, der aber sehr offen für kulturelle Fragen ist. Zweitens, wenn Sie zwei Bücher lesen wollen, lesen Sie dieses extrem gute Buch, auch was aus der besonderen Arbeit einer Historikerin, Frau Thomas, mit zwei Erdwissenschaftlern entstanden ist. Hochinteressant. Die deutsche Ausgabe ist für Dezember 2022 angekündigt. Wenn Sie drei Bücher lesen wollen, lesen Sie dieses sehr gute, ist vielleicht das allerbeste Buch zum Antropozialen, was ich kenne, auch wenn es nur heißt zur Einführung. Das ist von einer Literaturwissenschaftlerin und einem Medienwissenschaftler geschrieben, die aber sehr offen für Naturwissenschaften sind, was vielleicht nicht so ganz typisch ist. Extrem gutes Buch. Und wenn Sie dann noch nicht genug haben, dann lesen Sie mein 650 Seiten dickes Buch, was vorhin angekündigt wurde. Und abschließen möchte ich mit einem Dank und mit so einem Motto, ja, so ein nicht-theologisches Glaubensbekenntnis. Menschen leben nicht in verschiedenen Welten, sondern sie leben verschieden in der einen Welt. Das war's. Ich danke Ihnen. Ja. Und... Herzlichen Dank, Christoph, für den schönen Überblick. Ich habe eine Frage im Chat schon gesehen. Weitere Fragen sind willkommen. Gerne. Und auch Kritik. Gerne Kritik. Ja, ich lerne immer aus solchen Vorträgen und mache die auch immer ein bisschen anders. Also gerne Kritik, Nachfragen, Kommentare. Kritische Fragen, selbstverständlich. Unsere Referenten stellen sich immer dem, was da kommt aus dem Zuhörerkreis. Ich möchte aber vielleicht beginnen mit einer Nachfrage, die ganz an den Anfang zurückweist. Du hattest gesagt, das Anthropozän ist eine Hypothese. Da wird man mit wissenschaftstheoretischem Blick natürlich fragen, was man denn tun muss, um die Hypothese zu testen. Wenn sie tatsächlich geologisch gemeint ist, dann könnte man ja den Verdacht haben, man muss jetzt eine Million Jahre warten, bis man die Hypothese, bis man genug Material hat, um zu sehen, ob die Hypothese denn wahr ist oder nicht. So war es vermutlich nicht gemeint. Ist die jetzt überhaupt entscheidbar? Ich würde sagen, im engsten Sinne ist sie wirklich erst in ferner Zukunft entscheidbar. Aber Geologen sind im Augenblick unterwegs weltweit und wollen versuchen, wichtige Punkte der Welt zu finden, wo man diesen weltweiten Einfluss doch jetzt schon zeigen kann. Und das geschieht zum Beispiel durch Radionuklide, die man in Eiskernen findet. Ja, und durch Bodenproben und durch bestimmte, zum Beispiel Plastiklomerate, also Gesteine, die Plastik enthalten, wo man annehmen kann, dass das relativ dauerhaft sich hält. Und versuchen jetzt sozusagen sogenannte genanntes Typus-Lokalitäten zu finden, die weltweit verstreut sind. Nicht überall, aber schon die gesamte Geosphäre abdecken, um das zumindest wahrscheinlich zu machen. Aber ich stimme voll zu. Das ist eine Hypothese, die eigentlich erst in der Zukunft bewertet werden kann. Ja, und eine Nachfrage vielleicht, um das Hintergrundwissen etwas zu steigern, das ja nicht alle von uns in gleicher Weise haben. Du hattest von Erdsystemwissenschaften geredet. Seit wann ist denn das üblich? Und seit wann und wie sind denn Einzelwissenschaften zu einer Erdsystemwissenschaft zusammengewachsen? Ja, also es ist nicht so, dass die Erdsystemwissenschaften etwa der umfassende Begriff für alle diese Wissenschaften sind, sondern der umfassende Begriff wäre Geowissenschaft. Da gehört die Geologie zu Geografie, die Geomorphologie und auch die Erdsystemwissenschaften. Die Erdsystemwissenschaften sind also spezielle Wissenschaften, die sich meistens in Modellrechnungen mit der gesamten Geosphäre befassen und die als ein System auffassen und darüber Daten sammeln und aus diesen Daten Modelle entwickeln. Ein Unteraspekt davon wären das, was man so aus der Öffentlichkeit eher kennt, nämlich so Klimamodelle zum Beispiel. Aber die heißen eben Erdsystemwissenschaften, weil sie das ganze Erdsystem untersuchen. Also extrem makroorientiert. Also solche Wissenschaften, ich mache mal ein Beispiel, die stellen so Fragen wie, verliert Afrika eigentlich Wasser oder gewinnt Afrika Wasser? Ja, wohlgemerkt Afrika, also eine unglaublich große Einheit. Solche Fragen werden da gestellt und da kannst du dir natürlich sofort sich klar machen, dass da auch ganz viele Modellannahmen drin sind und viele Datenbasis erst entwickeln werden muss. Aber was ich betonen wollte, die sehen den gesamten Planeten, also die Geosphäre und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Paul Krutzen, der ein Geosystemwissenschaftler, insbesondere ein Atmosphärenchemiker war, dass der als erster darauf gekommen ist und dann aber einen Begriff gewählt hat. Ja, danke. Ist das jetzt etwas klarer? Ja, absolut. Die Frage aus dem Chat, was beendet das Anthropozän bzw. was löst das Anthropozän ab? Nun ist diese Frage im Deutschen grammatisch ja nicht eindeutig. Also das Anthropozän löst das Holozän ab, anscheinend. Aber vielleicht ist ja gemeint, wodurch wird es abgelöst eines Tages dann? Ja, gut, ich beantworte trotzdem beide Fragen. Das Anthropozän in der geologischen Klassifikation würde, wenn es formal eingeführt wird, das Holozän beenden, also dann würde man sagen vor meinetwegen, ich mache jetzt mal ein Beispiel oder ich nehme das häufigste Beispiel. 1950 würde man sagen, hat das Holozän geendet, ab dann kommt das Anthropozän. Das ist ein Vorschlag. Ein anderer Vorschlag ist, das Holozän zu belassen und nur den letzten Teil in einer Unterklassifikation als Anthropozän zu bezeichnen. Jetzt ist es aber so, wenn man zurückgeht und diesen Archäologen folgt, die sagen, das begann vielleicht schon der weltweite Einfluss vor 6.000, 7.000 Jahren, manche sagen sogar bis 12.000 Jahre. Das würde bedeuten, dass das ganze Holozän aufgefresst wird sozusagen und in Anthropozän umbenannt werden muss. Das ist also der maximalste Vorschlag. Der maximalste sind, das Holozän fällt weg, wird durch das Anthropozän ersetzt und der minimalste ist, das Ganze hat erst 1950 angefangen. Jetzt, wann wird das irgendwann mal beendet sein? Man könnte ja sagen, endet das eigentlich, wenn die Menschheit vielleicht ausstirbt, was ja passieren könnte. Es gab in der Evolution der Menschheit schon mehrfach Phasen, wo die Bevölkerung sehr dünn war. Aber wenn wir das jetzt weiterspielen, und das habe ich in meinem ersten Kapitel gemacht mit einer Geologie, ich habe die Kulturgeologin genannt, die im Quinter lebt, also nicht im Quater, wo wir sind, sondern im Quinter in der langen Zukunft und die irgendwie vielleicht von der Menschheit übrig geblieben ist oder selber ein Automat ist, also gar keine Mensch-Igologin und die sich darüber wundert, dass in diesen frühen Zeiten, wo es noch eine christliche Zeitrechnung gab, die wir schon lange abgeschafft haben jetzt, warum sich da Menschen gestritten haben, ob es sowas wie das Anthropozän gibt. Das ist aus ihrer Sicht in der Zukunft völlig klar. Und irgendwann ist das aber, hat sich das Problem dann vielleicht gelegt. Ja, also das ist sozusagen jetzt Science-Fiction. Trifft das die Frage, die im Chat kam? Ja, je weiter wir in die Zukunft blicken, desto spekulativer muss es werden. Für die Benennung zeichnet sich noch wirklich kein Konsens unter den Fachleuten ab, oder? Nein, dazu muss ich, das habe ich nicht deutlich erläutert, aber ich habe in einem Wort gesagt, die Geologen sind sehr konservativ. Es gibt da eine Anthropocene Working Group. Das ist eine Untergruppe in der großen strategischen Weltgesellschaft. Und die beschäftigt sich seit 2009 damit. Und die haben in einer Zwischenentscheidung mit nur von 35 Leuten, glaube ich, nur zwei Gegenstimmen vorgeschlagen, dass die Oberorganisation das formal einführt. Das ist aber immer noch nicht geschehen und wird immer weiter rausgeschoben. Die haben aber auch ziemlich starke Vorstände. Bei solchen Entscheidungen muss dann immer wieder auf jeder Stufe mindestens 60 Prozent müssen der Meinung sein. Und deswegen ist das bis heute noch nicht geschehen. Das übrigens für Geologen ist interessant, dass zum ersten Mal überhaupt in so einer strategischen Kommission nicht nur Geologen sitzen, sondern da sitzen auch Geografen und Klimawissenschaftler und Journalisten, ein Journalist und sogar ein Jurist. Und das zeigt schon, dass da sozusagen ein ganz neues Denken losgegangen ist, selbst wenn es immer noch nicht formell eingeführt worden ist. Und ich verzweifle fast auch, ob das wirklich eingeführt wird. Aber das ist eine spannende Frage. Das könnte dieses Jahr noch entschieden werden. Bitte? Interessant. Ich würde dann gerne mal mit einer anderen Frage in den kulturellen Bereich wechseln. Nämlich hältst du den Begriff des Anthropozäns für geeignet, auch ein globales Bewusstsein der Menschheit über ihre Situation mit herbeizuführen? Also hat der Begriff ein Bewusstseinsbildungspotenzial? Untersucht die Kulturanthropologie so etwas? Und man muss ja dann fragen, ist dieser Begriff wirklich schon weltweit verbreitet? Oder wäre es eine Aufgabe, ihn weltweit zu verbreiten? Ja, ganz klar. Ich sehe das so. Er ist verbreitet nur in bestimmten Wissenschaften, wie ich gezeigt habe. Und manchmal in Indien, aber nicht in der breiten Öffentlichkeit. Ich habe, das war die Eingangsfrage, dann wirkliches Potenzial, wenn er mit wirklich diesen Inhalten gefüllt wird. Und wenn dieses Langteilsdenken, was sehr schwierig ist für Menschen, das wissen wir alle, dort einbezogen wird, weil er nämlich auch dann eine langfristige Politik betonen würde. Also wenn wir zum Beispiel von Bildung für nachhaltige Entwicklung denken, was es ja zum Teil in unseren Schulen gibt, da müsste dann eben eine Bildung für eine viel nachhaltige Entwicklung viel länger. Weil nachhaltige Entwicklung geht ja eigentlich meistens nur um die nächste Generation, ja, in dem Konzept der Nachhaltigkeit. Wir brauchen ein viel längeres Konzept in die Zukunft und auch ein historisches Begreifen viel längerer Vergangenheiten. Weil viele dieser Prozesse sind schon vor Hunderten von Jahren losgegangen. Also sehe ich dann Potenzial, wenn die Frage ist, ob das wiederum dieses Bildungspotenzial von Ethnologen, Ethnologinnen untersucht wird. Das ist noch nicht der Fall. Dazu muss man aber sagen, das ist eine Bildungsanthropologie. Gerade im deutschen Sprachraum, also Ethnologen, Ethnologinnen, die sich mit Bildungsprozessen beschäftigen, erst ganz sozusagen in Anfängen gibt. Ich habe gerade eine kurze Besprechung des ersten Grundlagenbuches darüber im deutschen Sprachraum gemacht. Also das muss erst noch kommen. Aber ich sehe da ein großes Potenzial für eine breite Bildung. Ich würde sogar sagen, das wäre auch was sozusagen als Teil der abendländischen Bildung, denke ich, ist das unglaublich wichtig. Aber schwierig didaktisch umzusetzen. Also man hört ja in letzter Zeit öfters die Meinung, dass ein Hauptnutzen für die Menschheit der Raumfahrt gewesen ist, dass man das Bild von der Erde von außen auf diese Weise sehen gelernt hat und dass die Erde sozusagen als blaue Murmel erscheint. Dann wäre es zum Konzept des Anthropozän nicht auch erforderlich, dass man dann tragfähige, aussagekräftige Bilder, vielleicht auch Symbole findet? Das war eine Suggestie-Frage, die ich voll positiv beantworten kann. Ich habe auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch dazu gemacht, wie die Erde durch diese Weltraumaufnahmen wahrgenommen wird. Das berühmte Blue Marble, das berühmteste Foto des 20. Jahrhunderts, nicht umsonst. Das war einer der Kernpunkte der Verbreitung der Idee, dass man zum Beispiel jetzt von einer Welt redet. Es gibt ja kaum noch Drittwelt-Initiativen. Wir reden von einer Welt, das war dafür ganz extrem wichtig. Das Interessante ist, wenn man aber nochmal darüber nachdenkt, man sieht in diesen Fotos ja, und da gibt es ja, manche sind sogar da religiös sozusagen beeinflusst worden, aber man sieht, wie allein wir sozusagen im Kosmos sind und wie wir auf diese Erde angewiesen sind und dass das sozusagen ein Makroorganismus ist, deswegen auch diese Idee von Gaia oder Redeweiser. Andererseits, wenn man diese Fotos sieht, wo man die ganze Erde sieht, sieht man diese desasterhaften Wirkungen des Menschen überhaupt nicht, sondern von da aus sieht alles easy aus. Aber wenn man dann mal ranzoomt, und ich kann nur empfehlen, gucken Sie Google Earth nicht nur Bilder an von unserem wunderbaren Planeten, kann man sagen, sondern gucken Sie sich auch mal, mittlerweile gibt es bei Google, kann man sich geschichtliche Aufnahmen zeigen. Also meinetwegen, Sie gucken sich das Mekong-Delta an, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren und heute. Und dann sehen Sie, was wir in dieser Geosphäre anrichten. Oder wie die Mangrovenwälder absterben in Süddeutsch. Also das kann man heute mittlerweile alles sehen. Und deswegen waren diese Apollo-Flüge, ja, das Apollo-Programm. Also es geht nicht nur um Teflon in den Bratwanden, sondern viel wichtiger war die Wahrnehmung dieser planetaren Einheit. Ja, das sind ja viele Menschen heutzutage eher Pessimisten, was die Zukunft der Menschheit angeht. Und einer hat sich im Chat als solcher geoutet. Ich lese es mal vor. Rainer Wasser aus Aachen schreibt, leider ist es durchaus wahrscheinlich, dass ein großer Teil der Menschheit in absehbarer Zeit menschengemacht ausstirbt, insbesondere durch den Klimawandel. Und leider wird mit uns ein großer Teil der Fauna ebenfalls aussterben. Das Artensterben ist schon massiv im Gange. Sorry für diese pessimistische Sichtweise von einem Optimisten. Ja, woraus der Optimismus besteht, habe ich nicht verstanden. Aber der Pessimismus ist klar formuliert. Was sagst du dazu? Ja, das ist nicht einfach. Denn auch in mir, ich bin da auch gespalten, kann das nicht ganz erklären. Wenn ich das rein sachlich sehe, bin ich auch sehr pessimistisch. Aber so als Temperamenthaltung sehe, bin ich Optimist. Und vielleicht führt mich das dazu, dass ich da manchmal denke und auch Sachen in die Richtung lese, dass es eben wir doch als Menschheit unglaublich anpassungsfähig sind. Und wenn wir das mal in langen Zeiträumen sehen, könnte es ja sein, dass die Menschheit lebt großzeils an Städten und leider liegt ein großer Teil der Städte an Küsten, liegt an Küsten, dass wir einfach in historisch langzeitigen, aber geologisch extrem kurzen Zeitraum langsam uns von diesen Küsten zurückziehen. Und es wird natürlich, es werden sehr viele Arten dadurch aussterben, noch mehr als heute durch diese menschlichen Einflüsse. Aber es wird für andere Arten auch neue Lebensmöglichkeiten geben. Und jetzt komme ich natürlich extrem ins Spekulieren, aber wenn Sie mich so nach einer gefühlten Meinung fragen, dann denke ich, dass vielleicht langfristig eine, keine echte Lösung, aber ein Ansatz einer Lösung sein könnte, dass wir Menschen uns in großen, dichten Städten zurückziehen. Denn dort kann man, wenn man auf den Kopf berechnet, am ökologisch sinnvollsten, mit den wenigsten Folgewirkungen leben und dazwischen Räume sozusagen freilassen. Aber wir müssen natürlich den Energietransport und die Kommunikation zwischen diesen dichten Ballungsräumen, also ich rede jetzt von, ich denke an ganz dichte Ballungsräume, wie wir es zum Beispiel für heute in Teilen Chinas haben oder in Hongkong zum Beispiel, wo es nicht Hochhäuser gibt, die irgendwie 100 Meter hoch sind, sondern die sind 400 Meter hoch. Oder in Zukunft ein Kilometer hoch. Es gibt ja schon das erste Haus der Welt, das ein Kilometer hoch ist. Und so dicht aufeinander leben, dass wir diese Ökowirkungen räumlich begrenzen können. Das bringt natürlich dann erstmal die Frage, wollen wir Menschen in solchen Umständen leben? Aber vielleicht müssen wir es. Und wir müssen natürlich auch Verzicht üben. Also mit dem Konsummuster, was wir heute haben, ist das alles nicht vereinbar. Und ich glaube, dass da sozusagen das Anthropozän so eine richtige, ja, man sollte keine Angst machen, aber dass man sozusagen datenbasiert sagt, wir müssen unsere Wirtschaftssysteme ändern. Und natürlich auch die Politik. Also zum Beispiel mit einer Politik, wo wir alle fünf Jahre neue Leute an der Regierung haben, ist das natürlich schwer durchsetzbar. Ja, also es sind ja Fragen aus einem weiten Feld angesprochen. Bis hin zum Wirtschaftssystem. Ich weiß nicht, ob wir uns heute darüber verständigen können. Mir ist eine andere Bemerkung aufgefallen, nämlich der Rückzug von den Küsten. Bin ich zu sehr in einer traditionellen Denkweise verhaftet, wenn ich davon ausgehe, dass man zuerst den Küstenschutz optimieren wird, bevor man sich von den Küsten zurückzieht? Ja, das ist derzeit der Fall. Und da habe ich auch selber Bildbeispiele gezeigt. Manila, Jakarta und so weiter. Ich glaube aber, dass das eine zu kurzfristige Lösung ist. Ja, und man sieht schon jetzt, dass diese Hilfsmaßnahmen, diese Baumaßnahmen dort gemacht werden, dass die, wenn man so sozioökonomisch quer durch die Schichten und Klassen guckt, dass im Grunde genommen nur ein Teil der Bevölkerung da wirklich von profitiert. Und ich glaube, es sind überhaupt nur kurze Lösungen. Sondern wenn das mit dem Meeresspiegel wirklich weiter so angeht, dann muss man eben, dann reicht nicht so eine Mauer oder so ein Hochwasserschutz, sondern da muss man wirklich deutlich, vor allem bei Landschaften, die so ein extrem geringes Gefälle haben, dass sie praktisch alle auf normal null sind. Ja, also der ganze Raum in Jakarta, der ist immer nur ein paar Meter über dem Meeresspiegel. Oder denken Sie an Bangladesch, das ist ein Land, was fast jedes Jahr zu über 70 Prozent überschwemmt wird, weil da eben, weil das so flach liegt. Für das sind solche reinen Küstenbaumaßnahmen keine Lösung. Also auch auf Stelzenbauten oder was da so alles gibt, das ist sozusagen jetzt geschichtlich gesehen, sind das nur Kurzfristlösungen. Da werden wir in 50 Jahren mehr nicht mit hinkommen. Ja, schade. Das wäre schön für mich jetzt. Ja, Herr Börser, wir hören Sie jetzt. Jawohl, bitte schön. Ja, ich wollte nur ein paar kurze Anmerkungen machen. Also zunächst mal habe ich mich als Optimisten bezeichnet, weil ich mein Leben lang immer Optimist war und wahrscheinlich das auch bleiben werde. So, sagen wir mal, realistischer Optimist, jetzt nicht beliebig. Erste Anmerkung, zweite Anmerkung, und ich bin persönlich absolut gegen Hochhäuser. Ich hasse die Dinger, die ich lebe, ich will die nicht sehen. Eine Lösung der Probleme, die leider ja auch nicht angegangen wird, darin zu sehen, dass so viele Leute auf unserem Planeten, Moment, 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 ja. Da ist irgendwas knattert. Ja, das war ein Teil, die haben wir jetzt unterdessen stummt. Jetzt. Okay, gut. Jetzt geht's. Also meiner Ansicht nach, was überhaupt nicht thematisiert worden ist, die Anzahl der Personen auf dem Planeten. Ja, als ich geboren worden bin, gab es drei Milliarden, was auch schon eine ganze Menge ist. Jetzt gibt es fast acht Milliarden. Also da kann man sich vielleicht ausrechnen, dass das natürlich mit dem Konsum, ich meine, das wollen natürlich auch alle, sagen wir mal, früher hat man gesagt, Entwicklungsländer auch sozusagen auf den westlichen Standard kommen im Konsum. Diese Kombination ist tödlich für den Planeten. Ja, ich glaube aber, das wird nicht das Hauptproblem sein, denn das wird sich abflachen. Ja, ja. Das sind zwei Punkte. Mit der reinen Zahl, da würde ich widersprechen, das ist nicht das Problem. Aber den anderen Punkt, den Sie nennen, wenn der Anteil der auf starkem Konsumlevel Lebenden weiter zunehmen, wie das jetzt der Fall ist, China, Indien und so weiter, das ist ein echtes Problem. Aber das ist, Sie haben recht, das ist natürlich ein großes Problem, aber das ist auch ein Problem der Anzahl, denn Sie müssen sich überlegen, das flacht zwar etwas ab, die Zunahme flacht etwas ab, aber es gibt immer noch eine Zunahme und wenn Sie sich überlegen, warum denn die Leute Kinder kriegen oder nicht mehr Kinder kriegen, in Deutschland haben wir ja das gegenteilige Problem, dass wir zu wenig Kinder haben, das liegt daran, dass wir ein Rentensystem haben. In ganz Afrika, in Indien, da haben sie kein Rentensystem, da leiden die Leute davon, dass ihre Kinder, die später versorgen und deswegen gibt es viele Kinder. Dann kommen die Religionen noch dazu mit ihrem negativen Einfluss. Also ich bin da deutlich weniger optimistisch. Ja, also ich bin bei dem Thema jetzt auch nicht so ein Spezialist, aber es gibt ernsthafte Leute, also nicht sozusagen einfach nur von der Kanzel oder Wunschdenken, sondern die sagen, dass durchaus die Menschheit 10 Milliarden Menschheit, die Erde 10 Milliarden Menschen ernähren könnte. Wenn man die Agrarsysteme effizienter macht und die Verteilung und eben Gerechtigkeitsprinzipien. Wahrscheinlich könnte man sogar 15 Milliarden ernähren, insbesondere dann, wenn alle nur noch Algen essen. Aber will das jemand? Ich meine, was ist der Sinn hinter dem gesamten Bevölkerungswachstum? Das ist doch totaler Unsinn. Ja, aber Herr Waser, würde ich Ihnen zustimmen, aber wenn Sie auch bei dem Hochhäusern sagen, wer will das? Wenn man doch ein bisschen historisch längeren Blick hat, meinen Sie denn nicht, dass Menschen sich nicht jetzt individuell, sondern über die Generationen an sowas gewöhnen können? Also ich werde mich jedenfalls nicht mehr dran gewöhnen. Ja gut, aber Sie werden ja jetzt auch nicht eine Milliarden Jahre alt. Nee, wahrscheinlich nicht, ja. Okay, ich sehe eine Wortmeldung unseres Teilnehmers Volker Mitschke. Ja, Herr Mitschke, bitte. Ein paar Anmerkungen hier. Nachhaltigkeit, das bedeutet doch eigentlich nur, dass wir möglichst den Status quo erhalten wollen und das Anthropozän weist darauf hin, dass es immer schlimmer wird. Jetzt ist doch die Klimaerwärmung nicht nur Menschen gemacht. Wenn man den Kosmologen, Astronomen glauben will, dann ist der Klimarhythmus in den letzten ein Millionen Jahren, Kaltzeiten, Warmzeiten, Eiszeiten, dann sind wir ja jetzt gerade in einer Warmzeit, heißt es, glaube ich. Und wir hatten ja schon Warmzeiten, die Ehrenwahrzeit vor dem Weichselkälte, die viel höhere CO2-Werte gezeigt hat und höhere Temperaturen. Und auf lange Sicht wird die Sonne ja immer mehr Energieeinstrahlung auf die Erde abgeben. Und auf lange Sicht haben wir doch überhaupt keine Chance. Auf sehr lange Sicht, ja. Auf sehr lange Sicht. Also ich empfehle schon noch weiterhin für die Altersversorgung zu arbeiten. Aber auf lange Sicht haben wir überhaupt keine Chance. Es wird immer wärmer werden auf der Erde. Und unsere Bemühungen sind in meinen Augen ja nur dazu da, etwas die Sache zu verzögern, sodass wir uns und unsere Mitlebewesen anpassen können. Das ist vielleicht die Chance, wenn wir jetzt so krampfhaft das CO2-Problem da angehen, dass wir vielleicht mehr Zeit haben, uns anzupassen. Aber es wird wärmer werden. Da können wir machen, was wir wollen. Ja, also ich könnte das so aufnehmen. Ich denke auch, dass wir natürlich alles tun sollten, um diese Erwärmung so gering wie möglich zu halten. Aber nach den Daten, die man so liest, würde ich auch sagen, man kann nicht erwarten, dass man sozusagen bei den jetzigen Temperaturen dauerhaft bleibt. Also denke ich auch, wir müssen nachdenken, nicht nur über diesen ganzen Verzicht Energie und weniger CO2-Produktion, sondern wir müssen uns auch irgendwelche technologischen Dinge einfallen lassen. Und da gibt es ja Ideen im Geoengineering, also wie man die Atmosphäre vielleicht beeinflussen könnte oder wie man Kohlenstoffsenken schafft. Das Problem ist nur, dass manche dieser Ideen riskant sind. Und wir wissen eben nicht genau, wenn man die großflächig einsetzt, wo das hinführt. Das Problem ist, dass ich zum Beispiel bei meinen Kollegen in den Kulturwissenschaften sehe, dass wenn die nur das Wort Geoengineering hören, dann kommt direkt die technologische Naivität, der Mensch macht sich zum Meister über die Natur und das sollen wir alles, das ist was ganz Schlimmes. Da hat der Paul Krutzen, der das ganze Konzept ja aufgebracht hat, hat selber und schon in dem ersten Artikel gesagt, nee, im ersten nicht, aber in dem späteren Artikel gesagt, dass so ein Geoengineering würde denkbar sein oder sollte denkbar sein, wenn alle anderen Mittel vorher ausgeschöpft sind. Und bezüglich der Erderwärmung scheinen ja die politischen Mittel fast ausgeschöpft zu sein, denn es bewegt sich wenig hin auf eine weltweite Einigkeit. Also ich denke, die Probleme, die mit der Klimakrise zusammenhängen, sind global und groß und vehement genug, dass uns alle echten Lösungen recht sein sollten. Und wenn es technologische Lösungen sind, dann sind es eben technologische Lösungen. Ja, würde ich auch so sehen. Natürlich ist es klar, wenn man das großflächig mit dem Klima sozusagen spielt und das so ein hyperkomplexes Ursachenfeld ist, dann kann man natürlich auch Fehler machen. Aber vielleicht gibt es keine Alternative dazu. Und wo ich völlig ratlos bin, da muss ich auch nochmal betonen, wie man das Ganze angesichts der jetzigen politischen Verhältnisse durchsetzen kann. Also ich meine jetzt nicht die globalen Machtblöcke China, USA und Russland, sondern ich meine die typischen politischen Systeme, die auf Kurzfristigkeit angelegt sind. Okay. Es gibt eine Frage unseres Teilnehmers Gerhard M. Ich habe wiederholt die Applaus-Hand gesehen, aber es sollte offenbar die Meldehand sein. Ja, deswegen bitte Gerhard M. Und wenn wir ein Bild kriegen dazu, würden wir uns freuen. Ich versuche gerade mit dem Bild, aber das klappt bei mir nicht. Hört man mich? Ja, voll. Ah ja, jetzt bin ich da. Zu der blauen Kugel, die man dann sieht als unsere Erde, bin ich da ganz konträrer Meinung. Denn Beispiel, man hat auch jetzt gesehen, wie schlimm es ist, wenn man raucht. Also diese ganzen Bilder der Lungen, das hat natürlich das Bewusstsein groß geändert. Und die Raucher wissen auch heute meistens über die Gefahr, nur ändern tun sie sich nicht. Dasselbe sehe ich in diesem Zusammenhang, dass man also jetzt sehr wohl gesehen hat, unsere Erde ist begrenzt, sie ist nur die einzige Erde. Aber ändern tun wir uns nicht, obwohl wir wissen, wo wir hinlaufen. Beispiel, was ein politisches No-Go ist und was kaum ein Wissenschaftler erzählt, ist nicht nur, dass die Umweltressourcen verbraten werden, also letztendlich dadurch auch das CO2 und, 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 und. Sondern, dass es auch mit der, oder fast nur mit der Überbevölkerung zusammenhängt. In dem Zusammenhang, dieser Reinhard Klingholz hat man ein Buch geschrieben, zu viel für diese Welt. Ein hochinteressantes Buch, wo er die Überbevölkerung auch sagt, er sagt also, um das zu stoppen, überhaupt dieses ganze System, wo wir jetzt, dass er überhitzt wird, ist, dass wir die dritte Welt auch dahin bringen, dass sie mehr Wohlstand hat. Nur durch Wohlstand werden die Kinderzahlen auch zum Beispiel zurückgesetzt. Das ist also etwas, was sich selbst dann in den Schwanz beißt. Ja, da würde ich Ihnen zustimmen, weil der Wohlstand fördert die geringere Bevölkerung. Gleichzeitig geht er einher mit Konsumniveausteigerung. Und die haben natürlich diese schlimmen Effekte. Also, vielleicht zwei Punkte. Oder hatte ich sie abgebrochen? Wollten Sie noch was sagen? Nein, nein, nein. Ich versuche erst mal eine Antwort. Also bei dem blauen Planeten und der Bildwirkung, da würde ich Ihnen wirklich widersprechen. Es gibt da medienwissenschaftliche Untersuchungen drüber, die zeigen, wie stark dieser blaue Planet wirklich bewusstseinsmäßig gewirkt hat. Das ist schon eine starke Wirkung. Und bei den Rauchern, ich weiß da nicht, diese schrecklichen Sachen, die auf den Zigarettenpackungen, ob es da schon Studien drüber gibt. Aber was wir ja doch feststellen können, dass der Anteil der Raucher in der Öffentlichkeit hat wirklich extrem abgenommen. Also auch, ich mache mal ein Beispiel. Ich bin ja jedes Jahr in Indonesien und seit 35 Jahren. Und da zum Beispiel, früher war es überall dieser süßliche Qualm der Kretek-Zigaretten. Das hat massiv abgenommen. Oder selbst in der Türkei. Also da tut sich schon was. Und noch ein anderer Punkt, den Sie nebensatzmäßig angesprochen haben mit den Ressourcen. Da könnte man vielleicht noch sagen, es gab ja die berühmte Studie Grenzen des Wachstums vom Club of Rome in den 70er-Jahren, die jetzt auch aktualisiert wieder aufgelegt worden ist. Und da scheint es so zu sein, dass dieser Club of Rome damals einige zentrale Probleme wirklich schon gesehen hat. Aber andere nicht. Und zwar, was er offenbar richtig gesehen hat, war die Probleme, dass sich die Ressourcen langsam erschöpfen. Was sie aber nicht gesehen haben, dass das offenbar, oder was die Wirklichkeit gezeigt hat, sie erschöpfen sich eigentlich zu langsam, um daraus zu lernen. Wir haben ja immer noch Erdöl. Das sollte eigentlich schon lange ausgegangen sein. Also leider durch Technologie und Marktentwicklung dauert das so lange mit den Rohstoffen, dass der psychologische Effekt da nicht ist oder noch nicht ist. Der Punkt, zu wenig betont worden ist im Club of Rome-Bericht, damals Grenzen des Wachstums, ist der Punkt Abfall. Abfall und Abfallwirkung. Also gar nicht so sehr die Ressourcen, sondern das, was wir durch Abfälle in unseren Industrieprodukten usw. hinterlassen und was sich auf die Umwelt auswirkt. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ich sitze ja hier in Köln, im Kölner Umland, aber überall sonst in Deutschland auch, gibt es viele neue Siedlungen, neue Häuser, die alle schön umweltgerecht sind. Energie sparen, umweltgerecht. In diesen Häusern sind ganz viele Stoffe verbaut, wo kein Mensch weiß, wie in 50 oder 70 Jahren, das ist so eine typische Zeit, wie lange so Häuser halten, wo die mal ins Sock werden sollen. Das ist überhaupt nicht in den Berechnungen drin. Ja, ich muss Ihnen recht geben. Also eine Änderung bei den Rauchern ist Erfolg. Eine Änderung auch bei uns ist Erfolg, auf den Menschen. Also wir versuchen ja schon, weniger umweltschädlich zu agieren. Nur das ist ja alles viel zu wenig, wenn man also am Anfang ihre Linien da sieht, die nach oben gehen. Also das geht ja genauso in allen anderen. Also nicht nur die Überbevölkerung, sondern auch den Verbrauch, also auch das Erdöl und, 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 und. Das würde nicht reichen, dass nachher dieses Vier-Grad-Ziel, also Vier-Grad, nicht 2 oder 1,5, dass das noch gehalten wird. Und die Sache ist ja die, wenn, angenommen, heute würde alle Menschen verschwinden. Also wir würden überhaupt kein CO2 mehr produzieren, weil es keine Menschen mehr gibt. Das würde immer noch ein Problem sein. Das würde immer noch weiter steigen, wenn die Kipppunkte erreicht sind. Da würde das auch weiter steigen. Das dauert ja Hunderte, mehrere hundert Jahre, bis das CO2 wieder runter ist. Und deswegen meine provokative Frage, was beendet das Anthropozän? Für die Bemerkung bin ich Ihnen jetzt sehr dankbar, weil das nämlich zeigt, dass wir in langfristigeren Zeiträumen denken würden. Also genau diese, man kann schon sagen, genau wie Sie sagen, wenn wir mit allem jetzt aufhören, dann haben wir immer noch Probleme. Aber das zeigt eigentlich, was für einen politischen Druck wir haben oder abfüllen müssten und umsetzen müssten. Und das ist ja nicht sozusagen ein Katastrophendenken, wie es irgendwelche Leute gab, die sagen, mit dem Jahr 2000 geht die Welt unter, sondern da stecken Daten hinter und begründete Modelle. Und was Sie sagten, ist richtig. Das ist zu langsam. Das heißt, diese Änderungen laufen eigentlich für unsere Veränderungen oder tatsächlich unser Änderungen, das tun. Das wird nicht kommen. Da gibt es ein Beispiel, ein Frosch, der ins heiße Wasser geschmissen wird, der springt sofort raus. Ein Frosch, den man ins kalte Wasser setzt und das langsam erhitzt, der wird gekocht, ohne dass er rausspringt. Und das dürfte hier bei uns auch sein. Es wird also zu spät sein. Und dann noch den letzten Punkt. Sie sagten, Sie haben das so schön gebracht von der Kultur und von der einerseits und von der Natur. Also der Biber, der würde zum Beispiel sagen, sein Bau, das ist Kultur. Denn er hat es ja verändert. Und wenn man sagt, Mensch, die Menschen sind nichts anderes als Lebewesen und auch ein Teil der Natur, dann ist das, was die Menschen machen, auch nur Natur. Und man darf also Natur und Kultur nicht als zwei verschiedene Sachen sehen, sondern Kultur ist eine Art des Menschen, eine Naturbegebenheit oder ein Narrativ der Menschen, wenn man so will. Aber nicht was anderes oder nicht ein Gegensatz zur Natur. Ja, würde ich Ihnen auch zustimmen, dass übrigens auch eine der Hauptmotive dieser Kulturwissenschaftler, die jetzt immer so reden, von more than human, also mehr als das Menschliche, ja, dass man auch nicht Menschliche und die ganze Zusammenhänge betont, nur ist da das Problem, ich würde Ihnen dazu stimmen, aus so einer materialistischen Sicht, dass wir das sozusagen als ein System sehen würden. Aber es gibt auch viele, die sozusagen jetzt eine eher esoterische Sicht da einbringen. Und das wiederum bringt ein Problem, dass man nämlich sich dann oft nicht mehr mit diesen naturwissenschaftlichen Hintergrundfakten auseinandersetzt. Ja, aber das ist eine Sache, also deswegen interessieren sich sehr viele Menschen, die auch gar nicht jetzt mit Umwelt so viel zu tun hatten, sondern interessieren sich dafür, weil es auch einmal so Grundfragen des Menschheits aufwirft. Also es gibt ja zum Beispiel auch eine Richtung in der Philosophie oder in der Kunst des Posthumanismus. Da wird zum Beispiel gefragt, ja, was ist, wenn wir vielleicht einfach große Teile von uns durch Technologie ersetzen? Also nicht nur ein Herzschrittmacher, sondern im Endeffekt das Gehirn, was irgendwo schwimmt und von etwas verlässlicheren Mechanismen ersetzt wird und die alle technologisch sind. Und dann haben wir natürlich, dann sind wir mit der Natur verbunden, aber auch mit der Technologie und sind als Organismen aber sozusagen reduziert auf nur noch bestimmte Teilbereiche. Und es gibt Menschen, die das für ganz wichtig halten und andere, das ist ja total das Entmenschlichte, die durch sowas auf keinen Fall erlauben. Über den Transhumanismus zum Posthumanismus. Wir sind natürlich wieder im weitausgreifenden Spekulativen gelandet. Langsam sollten wir zu Ende kommen. Gibt es denn noch Wortmeldungen von jemand, der bisher noch nichts gesagt hat, aber gerne was sagen würde? Dann würde ich das jetzt gerne ermöglichen. Aber nicht erzwingen. Und wenn das nicht der Fall ist, vielleicht nochmal Rainer Wasser. Da war, glaube ich, eine Hand zu sehen. Ich wollte nur anregen, dass man zum Post- und Transhumanismus eine separate Veranstaltung macht. Das führt zu weit jetzt. Ja. Ja. Okay. Dann Volker Mitschke. Ja, ich will doch nochmal auf die Klimaerwärmung zurückkommen. Das CO2-Zuwachs ist ja zum Teil menschengemacht und vielleicht jetzt auch zu einem großen Teil. Aber es würde ohne die Menschheit auch weitergehen. Gerade die vielen Brände, die wir jetzt überall haben, durch diese fortschreitende Klimaerwärmung, die nicht nur menschengemacht ist und Vulkanismus, CO2-Ausstieg, Methan-Ausstieg, das nimmt doch alle zu, auch ohne unsere anthropozäne Einwirkung. Ja, Herr Mitschke, da möchte ich Ihnen aber doch widersprechen. Ich würde Ihnen zustimmen, dass es da auch natürlich Tendenzen gibt. Aber die Abruptheit der Zunahmen, die Abruptheit, also wie schnell das zunimmt, da sind sich eigentlich Ökowissenschaftler und Geowissenschaftler mittlerweile eigentlich, dass das so wirklich zum maßgeblichen Teil, nicht nur, aber zum maßgeblichen Teil auf Menschenaktivität zurückführbar ist. Ja, das ist leider so. Der Mensch greift ein, man kann es nachmessen und mit diesen Wirkungen ist natürlich eine Verantwortung verbunden. Ich denke, wir sollten langsam zu Ende kommen, denn die dringend geforderten Lösungen werden wir heute Abend in diesem Kreis nicht mehr herbeiführen können. Vielleicht nur noch eine Bemerkung, wo man mal drüber nachdenken könnte. Mir ist aufgefallen in der Literatur, gerade in der kulturwissenschaftlichen, dass die nicht nur so dystopisch häufig ist, also negative Utopien, sondern auch ein oft negatives Menschenbild hat. In der Art, ja, wenn es den Menschen nicht gegeben hätte, wäre alles kein Problem. Und dem kann ich irgendwie nicht so ganz folgen, denn Menschen haben ja auch die Idee, dass das ein Problem ist, aufgebracht. Und Menschen sind auf die Idee gekommen, dass wir vielleicht andere Arten schützen sollten. Also man müsste auch mal überlegen, was alles menschlich möglich ist und nicht nur auf das Negative sehen. Diese negative Sicht, die gibt es zum Beispiel auch sehr stark in Betrachtung jetzt zur Weltgeschichte, wo immer angenommen wird, alles wird immer schlimmer. Wir könnten mal so Publikationen lesen, wie zum Beispiel von Steven Pinker, aber auch anderen, auch Historikern, die zeigen, wie sich die menschliche Situation verbessert hat. Heute gibt es fast nicht mehr Menschen auf der Welt, die nicht zumindest ein bis zwei Jahre auf Schulen gegangen sind. Das war noch vor 30 Jahren ganz anders. Da war das im Bereich 20, 30 Prozent oder so. Also es hat sich viel getan. Ich wollte nur einfach mal sagen, das bringt mich zu einem doch gewissen Optimismus. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese Schlussbemerkung schon, für diesen menschheitsfreundlichen Ausblick. In der Tat muss der Mensch kein Schädling sein. Er kann auch ein Nützling sein auf der Erde. Und ich teile auch die Hoffnung, dass die Zeitkonstanten der Probleme vielleicht doch so sind, dass es gerade noch gelingen kann, rechtzeitig Lösungen zu finden, wenn wir auch nicht alle Probleme sofort beseitigen können. Aber dass gleich die Menschheit ausstirbt, ist nicht ein Szenario, mit dem ich bereit bin, mich abzufinden. Vielen Dank, Christoph Antweiler, für den Vortrag. Vielen Dank auch für die Diskussion, auch an alle Beteiligten. Ja, möchte ich mich auch explizit bedanken. Nicht nur für eure Einladung, sondern für alle, die gekommen sind und mitgedacht und gesprochen haben. Ich sage zum Schluss noch kurz an, wie es weitergeht. Cortices bewegt sich ja auf der Zeitskala von zwei Monaten und nicht von 20.000 Jahren oder von zwei Milliarden Jahren oder so. Im Oktober wird es eine Fortsetzung geben von Buch trifft Hirn, und zwar am 20. Oktober mit dem bekannten Psychologen Gerd Gigerrenzer. Das wird ein Gespräch dann werden, ja, zu unseren Intuitionen in der digitalen Welt und zum richtigen Umgang mit digitalen Medien. Und außerdem muss natürlich erwähnt werden, unser großes Symposium alljährlich im Herbst in diesem Jahr von 7. bis 9. Oktober wieder im Aufsehsaal des Germanischen Nationalmuseums zum Thema Gehirne zwischen Genie und Wahnsinn, Begabung und Persönlichkeit aus Sicht der Neurowissenschaft. Im Programm wird es, weil das gerade angesprochen war, auch einen Vortrag geben zu Neuroenhancement, also mit einem gewissen gedanklichen Bezug zum Transhumanismus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns bei einer dieser Gelegenheiten wiedersehen. Einde 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 Vielen Dank.